Heute möchte ich mal mit dir über meine größte Herausforderung beim Üben sprechen. Hi, herzlich willkommen auf tubalernen.de. Ich bin Raimund, dein Online-Tuba-Lehrer und bei diesem schönen Wetter habe ich mich mal entschieden, heute ein Video einfach mal spontan im Wald aufzunehmen. Die größte Herausforderung beim Üben für mich, darum geht es heute. Auf dem Kanal hier auf tubalernen.de geht es ja oft um das Thema Üben. Es geht natürlich auch um andere Dinge rund um die Tuba. Manchmal stelle ich Tuben vor, manchmal interviewe ich spannende Leute. Es geht natürlich darum, wie kann ich einen Auftritt gut meistern. Es geht ganz viel um Technik, wie man eben die Blastechnik verbessert, wie man die Anstoßtechnik verbessert und so weiter. Und es geht natürlich auch um Übe methodische Sachen, also wie man sein Üben planen sollte, wie man sein Üben organisieren sollte. Und heute geht es aber um eine Sache, die ist gar nicht so verkopft wie sonst, würde ich mal sagen, sondern ein bisschen emotionaler. Denn ich habe in letzter Zeit gelernt, dass für mich die größte Herausforderung beim Üben ist, dass ich das Üben genieße. Warum sollte ich das Üben überhaupt genießen? Das ist eigentlich recht einfach. Wir sind ja als Menschen, stammen wir von unseren Vorfahren ab und die konnten vielleicht anfangs noch nicht sprechen und waren noch nicht so verkopft wie wir. Die haben noch nicht in Systemen gedacht. Die konnten sich noch nicht vorstellen, wie funktioniert das U-Bahn-Netz oder wie kann man ein Video aufnehmen und es dann irgendwie an hunderte Leute irgendwie auf YouTube schicken und sowas. Das konnten die alles nicht, sondern die haben halt irgendwie primitiv gedacht. Die haben halt gedacht, ja lecker essen oder Hilfe ein wildes Tier oder oh jetzt Hunger, jetzt muss ich jagen. Und von denen stammen wir ab. Und das ist halt irgendwie der älteste Teil unseres Gehirns, der eben so auf diese Basis-Emotionen funktioniert. Und wenn wir etwas genießen können, dann sind wir natürlich entspannt. Und wenn wir entspannt sind, dann können wir besser atmen. Wir können uns aber auch besser konzentrieren und dadurch üben wir natürlich besser. Und vor allen Dingen verbinden wir das Tuba-Spiel, wenn wir es genießen, natürlich auch mit positiven Emotionen. Das heißt, wir haben auch insgesamt mehr Lust drauf. Deswegen lohnt es sich, das Tuba-Spiel zu genießen. Aber das ist jetzt so einfach gesagt, jetzt genieß es halt einfach mal. Das ist eben nicht so leicht. Und deswegen ist das auch die größte Herausforderung für mich beim Tuba-Spielen. Ja. Und was wollte ich dazu noch sagen? Richtig. Wie schaffe ich das, das Tuba-Spiel zu genießen? Das kann man ja, wie gesagt, nicht so einfach einstellen. Aber eine Sache ist schon mal, bevor man übt, sich versuchen, darauf zu freuen. Das Tuba-Spielen wirklich als einen Moment am Tag zu sehen, wo man sich nur um sich selbst kümmert. Denn eigentlich spielen wir ja deswegen Tuba, weil das ein Hobby für uns ist oder ein Ausdruck unserer Persönlichkeit. Das heißt, wir machen das Tuba-Üben eigentlich nur für uns, für niemand sonst. Wir üben nicht für den Dirigenten, der sagt, du musst mehr üben. Wir üben nicht für den Lehrer, der sagt, ja, deine Technik ist schlecht. Sondern wir üben eigentlich nur für uns. Das ist schon mal ein Punkt, der dabei hilft, das Tuba-Üben mehr zu genießen. Und das andere ist, wenn ich dann anfange zu üben, muss ich natürlich versuchen, mir das Üben auch irgendwie schön einzurichten. Und dazu gehört natürlich sowas wie, dass ich das Üben vorbereite. Also, dass ich zum Beispiel sage, keine Ahnung, bevor ich anfange zu üben, habe ich ein Ritual, wie zum Beispiel, ich koche mir eine Tasse leckeren Kaffees oder irgendwie sowas. Oder ich sorge dafür, dass mein Körper gut in Form ist, wenn ich übe, indem ich vielleicht vor dem Üben zehn Kniebeugen mache und mich ein bisschen dehne. Das ist schon mal was, was hilft. Und dann beim Üben, also gerade am Anfang, wenn man technische Übungen macht, dass man dann eben versucht, das Üben auch als so eine Art, ja, Meditation zu sehen, so eine Art Achtsamkeitsübung. Und wenn man das schafft, dann hat man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Denn viele Leute sind gestresst, versuchen dann irgendwie sich mit Yoga oder Meditation davon runterzubringen. Aber versuch doch, das Tuba-Üben dafür zu nutzen. Versuch doch zum Beispiel, wenn du anfangs Töne aushältst oder Bindungen spielst, dann versuch doch, dich ganz genau darauf zu konzentrieren. Was macht mein Körper? Schweift mein Geist gerade ab? Oder bleibe ich voll dabei? Das sind so die Dinge, die dabei helfen, das Tuba-Spielen zu genießen. Und zuletzt, und das ist sowieso etwas, was uns sehr schwerfällt, die Gründe nenne ich gleich, das ist das positive Denken. Das heißt, beim Üben immer auf das Positive zu schauen. Schauen, was hat denn gerade schon sehr gut geklappt? Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich natürlich viel am Klang arbeite. Prinzipiell alle Töne kann ich spielen, das ist kein Problem. Ich kann auch schnell spielen. Wenn ich irgendwas erarbeiten muss, dann weiß ich natürlich, in welchen Methoden das geht. Das ist alles kein Problem. Aber am Klang, das ist so die Basisarbeit für mich. Und da muss ich ganz stark aufpassen, dass ich da nicht in so eine Frustrationsspirale reinkomme, sondern dass ich wirklich versuche, das Positive zu sehen. Ich konzentriere mich auf alles das, was für einen guten Klang verantwortlich ist. Ist der hintere Zungenrücken unten? Ist die Einatmung tief genug und entspannt genug? Ist die Ausatmung aktiv genug? Und wenn das alles stimmt und es kommt ein Ton raus, der schön klingt, dann kann ich sagen, wow, das ist doch cool, sehr schön. Und das ist die Schwierigkeit, das zu sagen, dass man es eben nicht als Selbstverständliche nimmt, dass der Ton schön klingt, sondern dass man eben sagt, wow, cool, ich habe es geschafft, dass ein Ton richtig schön klingt, so wie ich mir das vorstelle. Denn oft ist es nämlich so, dass wir natürlich problemorientiert üben. Und wir müssen ja auch problemorientiert üben. Wir müssen ja beim Üben darauf achten, was klappt nicht gut, was kann ich verbessern. Aber wenn wir uns zu stark auf die Probleme konzentrieren, dann kommen wir eben in diese Negativitätsspirale. Und das passiert mir auch immer öfter. Also hin und wieder, das passiert mir regelmäßig. So, das wollte ich sagen, dass ich eben anfange, etwas zu üben und dann dauernd unzufrieden bin. Und das Problem ist, wenn ich dann unzufrieden bin, wo wir wieder an den Anfang des Videos zurückkehren, dann verkrampfe ich natürlich. Und dann kann ich ja auch gar nicht mehr ordentlich spielen. Wie soll das denn funktionieren? Und dann wird alles eigentlich immer schlechter. Das heißt, das positive Denken, das Schauen auf das, was gut läuft, das hilft mir tatsächlich auch dabei, besser zu spielen. Natürlich alles im richtigen Rahmen. Wir dürfen natürlich auch den kritischen Blick nicht verlieren. Aber wir müssen schon versuchen, so positiv wie möglich zu denken. Das hilft uns nämlich, besser zu spielen. Das war es zum Thema Wohlfühlen bzw. das Tupac-Spielen genießen, das Üben genießen. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Das Erste ist diese positive Einstellung vom Vorhinein, das Planen, die Geisteshaltung zu sagen, das Tupac-Spielen mache ich nur für mich. Das ist eigentlich eine tolle Sache, die mir gut tut. Das Zweite ist, das Üben an sich vorzubereiten, indem man zum Beispiel durch positive Rituale das Üben zu einem schönen Erlebnis macht. Und das Dritte ist die Achtsamkeit beim Üben, dass man das Üben zu einer Art Meditation macht, gerade bei den technischen Übungen. Und das Vierte ist, auf das Positive schauen. Immer auf das Positive schauen. Das ist eigentlich am wichtigsten. Denn selbst wenn ich alles vorher richtig gemacht habe, aber dann in dem Moment, wo ich übe, in so eine Negativitätsspirale reinkomme, hat eigentlich alles keinen großen Sinn mehr. Also Verbissenheit rausnehmen, spielerisch üben und versuchen, es zu genießen. Damit wünsche ich dir heute einen schönen Sonntag und wie immer viel Spaß und Erfolg beim Tuba üben und Tschüss! Und hier findest du alle Informationen zu meinem Sechs-Wochen-Kurs Tonbildung. Viel Spaß und lass uns die Tuba zum Klingen bringen!